An deiner Stelle würde ich mir um Bärchens Nervensorgen machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie ist 10,7 heute. Hättest du mir mal vorher sagen können. Bis ich es sonst einen Frauen verstehe. So, einen kleinen Toast mit Rührei oder eine Putenwina. Ich esse überhaupt kein Fleisch mehr. Ich esse nur noch Gemüse und Obst. Naja, das ist auch eine sehr gute Sache. Weißt du was? Du hast ein Problem. Bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hattest du deinen Mann für eine jüngere verlassen oder was? Du warst eine Wette. Du kleine Büchser. Du bist. Nein, du bist. Ja, weißt du was. Du hast es immer noch.